Wie viel Plastikmüll produziere ich oder verbrauche ich? Pro Jahr werden weltweit 340 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Jeder weiß mittlerweile, dass verschiedene Chemikalien häufig eingesetzt werden. 36 Prozent davon sind Verpackung. Das ist gar nicht mal so cool, wenn man bedenkt, dass das 400, 500 Jahre einfach da unten bleiben wird. Die Wissenschaft geht davon aus, dass 70 Prozent der Emissionen auf das Konto von tierischen Produkten gehen. Von einer wissenschaftlichen Studie werden in Deutschland pro Jahr 1,7 Millionen Tonnen Elektrogeräte verkauft. Das arktische Meereis ist beispielsweise seit 1971 um mehr als 65 Prozent geschrumpft. Das Problem mit dem Klimawandel ist, dass der Permafrost früher auftaut und die Babys da drinnen nass werden und dann nicht überleben. Das widerliche an der Geschichte ist, dass es eigentlich ein Gesetz gibt, was das verbietet. Also es darf kein Tier nutzlos getötet werden. Ich muss mir jetzt nämlich noch einen Schlafplatz bauen für heute Abend. Ist logisch, wenn du im Wald bist, musst du irgendwo nächtigen. Oh, da ist eine Riesenspinne. Mach die weg, mach die weg. Es ist einfach kein Thema. Nein, es ist kein Thema. Einfach kein Thema für ein Date beim Italiener. Nein, es ist kein Thema. Was du isst, ist kein... ... ... ... ... ... ... ... ... ...